Wie funktioniert Hybrid-Technologie? Oder anders gefragt, wie kann ich beim Heizen durch die Kombination von verschiedenen Energiequellen, die Umwelt schonen und gleichzeitig sparen? Nehmen wir zum Vergleich ein Fahrrad. Durch unsere eigene Muskelkraft kommen wir wunderbar voran. Solange es nicht bergauf geht. Dann freuen wir uns über Unterstützung. Durch einen Motor, wie bei einem E-Bike. Ein Hybrid-System mit Antriebskraft aus Muskelarbeit und Elektromotor, je nach Bedarf. Und wissen Sie was? Auch Ihr Heizsystem kann Hybrid sein, indem Sie eine Luftwärmepumpe kombinieren mit einer Gasbrennwertheizung. Die Luftwärmepumpe ist umweltschonend und funktioniert am besten in der warmen Jahreszeit. Dabei entzieht sie der Außenluftenergie, die als Wärme im Haushalt genutzt werden kann. Und dafür braucht die Luftwärmepumpe Strom, aber nur sehr wenig. Aus einem Kilowatt Strom entstehen so circa vier Kilowatt Wärme. Im Winter allerdings kann die Wärmepumpe nur wenig Wärme aus der kalten Außenluft gewinnen. Eine Gasbrennwertheizung liefert deshalb genügend Wärme zu. Als Brennstoff dafür wird Gas verwendet. Die Luftwärmepumpe entspricht also unserer Muskelkraft. Die Gasbrennwertheizung wird wie der Motor nach Bedarf zugeschaltet. Sie ist nicht von äußeren Konditionen abhängig und arbeitet auch bei kalten Außentemperaturen mit gewohnt hoher Effizienz. Beim Fahrradfahren wissen wir natürlich, wann wir am besten den Motor zuschalten. Woher weiß aber ein Hybrid-Heizsystem, wann welche Lösung optimal ist, zum Beispiel bei wechselnder Witterung im Frühling? Auch ein Hybrid-Heizsystem kann eine intelligente Steuerungseinheit haben. Diese intelligente Steuereinheit passt die gewählte Heizart nicht nur den äußeren Witterungsbedingungen an. Die intelligente Steuereinheit vergleicht auch die Kosten, die bei Betrieb von Luftwärmepumpe und Gasbrennwertgerät entstehen. Daraus wählt sie dann immer die aktuell günstigste Alternative aus. So freut sich die Umwelt und Sie schonen Ihren Geldbeutel. Zwei in eins – so geht energiesparendes und kostengünstiges Heizen mit Hybrid-System.